Gut, jetzt kann er weiter schießen. Mach guck mal das an, der ist da. Braucht er gar nicht machen. Haha, guck mal, ich hab sie betäubt. Und exekutier einen von denen. Ich hab ihn. Okay, oh, ich hab ihn exekutiert. Ich lass den Antrieb mal noch weiter nach hinten, bevor hier irgendwas kommt, ne? Ja, hier kommt gleich was. Wieso? Wieso muss man denen so eine Stimme gehen? Äh, ich wüsste mal einen von meinen auf, ne? Jo. Das geht an, das ist jetzt ganz gut. Guck mal, was wir als Neues haben, Raketenseilverrochung. Das könnte lustig sein. Ey, wenn wir jetzt einen Schaden, ne? Vielleicht beim Erdmann, dann mach ich den Anten, mach ich aber mal den Merrick Bolter reißen. Ich weiß, ob ihr stört, wer stört den Visier. Weil er sich hier viel mehr zieht. Ach, wollt das? Weil hier denn nachher die Maske kommen. Ja, und? Weil der unterdrückt. Ja, und? Ja, und? Hm, lass ihn doch nicht, wenn er mag. Ich geh schon! Wenn er mag, auch auf... Dieser Schmerz ist nichts! Burning of Fire ist geil. Ich bin in Bewegung! Ich bin in Bewegung! Ich finde den cool, aber auch nur, weil du den nicht magst, das finde ich den cool. So, mach mir einen Bunker oder Kanonis. Ich hätte warten sollen, bis du fragst, oder? Ich bin in Bewegung! Ich hab' ja selbst alles klar! Nein, okay! Keine Angst. Toil ist auch geil. Du magst sie nur überlike, den nicht mag. Du magst lieber nicht noch ein Steskrezchen. Wenn ich, mach mir jetzt mal... Hallo? Jaa, der Typ nervt, geh weg! Also, der Typ nervt, geh weg! Das Objekt stellt gerade etwas umbrechen. Ich hab' keine Ahnung... ich höre nicht mehr zu ich habe gerade voll verstanden und rettung bin ich höre nicht mehr zu ich bin unterwegs ja objekt ist die woche du kannst du aufrüsten ja oder holst du oder holst du mir was schnauze unterwegs ja das weiß als übelst er ist übelstüber hat eine scheiß stimme ich mache mich auf den weg das stimmt siehst du wau ich liebe ich komm den Ringer feier und exekut 2 die Tyranidenkrieger lege sich mit mir an oh mein gott was dank gott das ist ja richtig guck über der Sprung oh mein gott habe ich den Zug geflogen ich denke er hat oh mein gott noch gesagt ja so ist ok so ist ok so ist fein meinst du ja du ist fein so ist fein was sind das gesehen und komm exekutieren wie Nator kannst du vor allem das unterdrückt die Gegner nicht so geschützt werd ich aber jetzt zum beispiel wau wie viele hier sind schau wir da guck wau wie viele das sind die Hälfte die Hälfte bären voll die Hälfte die Hälfte die Hälfte die Hälfte ich muss mich zurückziehen mein neuer oh oh ich glaube das wird nicht he 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 oh mein gott wie viele ich bin bereit setze mich in bewegung das gewollte das gewollte unsere Schütze weg zu machen ich will da hin komm geh weg oh mein gott wie schnell der down geht wow der Lehman Rudd nein der antrieb ich glaube ich mach mir das nächste mal früher nie einen Rudd krank krank oder der muss voll überlaufen alter ach krank es sind einfach so viele mach mir einen holt rein mach das oder ich rüste wir rüsten die Truppen nicht auf und holen uns übelst viel von den äh ich weiß nicht schwere Waffentrupps oder was meinst man auch machen hast du Beuter drin ja gut aber ich hol mir den lieber oder dann ich mach jetzt auf Entsenden weil ich die Stimme nicht hören möchte ja mach hab ich schon base halt das abhalte ich ich mach mir ich mach mir schweren Waffendruck noch dazu und rüste den mit ja wenn wenn wir genug Punkte haben womit rüstest du den auf äh mit Beutern wie weil Antifahrzeug bringt der hier nicht viel ja und Maschinenkanone also lässt du den so weil Maschinenkanone bringt ja auch nicht so viel ja hast ja eben gesehen kannst du dich unterdrücken mit ja scheiße denn ja ich weiß ich weiß ich weiß dass du es schon gesagt hast die Identität nehmt aber voll ich erkenne den Verstand ich mache nicht auf und da drückt die und da drückt die jetzt okay ich mach's blutig blutig wie es sein muss blutig ich geh'n du Affe mit dem kleinen Bolter die Affe mit dem Bolter die Affe mit dem Bolter guck mal wie die Acha hab ich ey du exekutiert wieder einen von denen Konzentration durch Feind PC noch auf der Kamm Verreitigungen 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 ich hab's ja nicht eingemacht Siegespunkt ein Tyraniden jetzt konzentriere mich jetzt ich konzentriere mich ich konzentriere mich ich konzentriere mich ich konzentriere mich konzentriere konzentriere Konzentration ich bin ich bin ich bin genau das war einfach nur lästig du sagst das Bär die Kone der Loyalität das war einfach nur lästig er wird uns gehören die Befohlen keine Angst nein Bärn ist natürlich Antrieb Infiltration durchreitig Verreitigungen Juhu ich kann mal einen machen Tyraniden verseuchen diesen Ort machst du dir auch einen? Ich heilere drohe Gefahr aufhol ich mach mir was anderes wir sind hier an der Arbeit dann los lass dir den Tod kosten Männer was machst du ich bin dann unterwegs nicht ich bin dann ich bin dann was ist das denn eh kannst du den verbessern Gruppt mit nem Siegespanzer eh mit nem Todesklingen mach Todesklingen Todesklinge. Bin in Bewegung! Gib ihnen den Todeskling. Wo ist gute Deckung? Ich brauche gute Deckung. Hier hinten. Kommt in Gang, Soldaten! Ich mache mich auf den Weg. Ich breche jetzt auf. Der geht doch jetzt mal. Der knallt bestimmt jetzt richtig. Ich stehe es genau da mit der Panzer, wo der Logikantrieb ist es ja nicht. Der Siegespanzer. Ja, der fällt ja schon weg. Ich kann mal wieder zu ihrem Waffenteam ausschalten. Naja, das ist jetzt übelst eingeschraben. Soll ich mal ein bisschen platt machen? Nein. Nicht? Wie wird das ausschalten? Waffenteam und vom Rettung beten. Ich beschütze das Imperium. Ich beschütze das Imperium. Welcher... Angriff durchweide. Sie macht die Kisten kaputt. Nein. Sie sind schön. Ne. Sie sind viel. Das Ding ausschalten! So, besser? Warten auf Befehle. Viel besser. Warum geht das nicht? Ist der bescheuert? Was denn? Kleine Siege. Ah ja, na okay. Was denn? Ist mir ein schweres Waffen zu holen? Ja. Waffen auf. Ich stell jetzt zu meinem anderen.